Leute, was geht? Heute ist eine Freundin von mir am Start. Sie wird auf jeden Fall für Klicks ausgenutzt. Dankeschön. Nein, auf jeden Fall. Das ist die Model. Ich habe sie im Internet bezahlt, dass sie auf jeden Fall im Video mit am Start ist. Nein, Spaß. Auf jeden Fall. Heute gibt es eine Ombel-Folge, wo sie quasi mit dabei ist. Das wird richtig lustig, weil ich glaube, sie ist das hübscheste Girl, was es glaube ich... Nein, nein, nein. Achso, nee. Wolltest du mich so süß? Doch, doch, doch. Nein, hörst du? Ich würde sagen, also ich glaube, man hat noch nie so ein schönes Girl auf Ommel gesehen wie dich. Also weißt du, die Leute werden jetzt extrem durchdrehen. Also ich bin wirklich gespannt, wie die Reaktion von den anderen Leuten sein werden, wenn sie sie sehen. Oder ob sie vielleicht sogar in meinem Zimmerhintergrund erkennen, dass sie bei mir ist. Da bin ich auch gespannt. Falls ihr noch auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da. Ich würde sagen, das nächste Video, das muss schon echt schallern. Also das Ding ist, die normalen Videos bekommen immer so 3.000 bis 4.000 Likes. Ich würde sagen, wenn das Video 10.000 Likes bekommt, kommt eine zweite Folge mit ihr. Und dann wirst du wieder für Klicks ausgenutzt. Nein, Spaß. Ja, viel Spaß, Leute. Weckerklick. Wie alt bist du? Ich bin 19. 19? Ja. Woher kommst du? Ich komme aus Berlin. Aus Berlin? Ja. Ich komme auch aus Berlin. Oh, nice. Das passt, ja, ist ja richtig gut. Woher kommst du aus Berlin? Ich komme aus Berlin. Aus Berlin? Ah, okay. Du kommst nicht nur was spannender, oder? Ja, oh mein Gott. Krass. Vielleicht sieht man sich ja mal. Vielleicht. Hast du Insta? Ja. Sag mir mal dein Insta. Schreibst du da rein, wa? Ja, ja. Okay. Bist du alleine? Ich, ja. Bin ich denn so dein Typ so? Vom Aussehen? Oder hast du einen Typ? Ach so, perfekt locken auf jeden Fall, ja. Ja. Schöne Augen auf jeden Fall. Dankeschön. Ah ja, wäre schon mein Typ. Woher kommst du? Aus welchem Land? Also Landsmann? Ich bin albaner. Ah. Du bist bestimmt Polen oder Russen? Nee, aber das denken viele. Warum denkst du das? Augenfarbe Blau und halt Weiß und so. Aber ich hab Locken. Also Dolle. Sind das Dauerlocken oder sind das? Nee, das ist meine Naturhaare. Nice. Ja. Ja, cool, ey. Einfach aus Berlin. Ja, Mann. Cool. Ja, okay. Wir können ja bei Instagram. Ich kann dich ja, ich schreibe dir vielleicht oder so. Und dann sehen wir uns vielleicht mal in Berlin. Kannst du machen, alles gut. Okay. Bis dann. Wir sehen uns. Ciao. Warte, 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 warte. Er dachte Jackpot seines Lebens. Er dachte Jackpot seines Lebens. Kennst du ihn? Doch, was geht? Cymex. Oh mein Gott. Sei ehrlich, du dachtest Jackpot deines Lebens. Ich dachte gerade, okay. Warte mal, das ist deine Freundin, was? Nein, wir sind, wir sind gut befreit sind. Boah. Er dachte Jackpot seines Lebens. Ich schwöre. Ey, ich schwöre, deine Reaktion war geil. Ja, Mann. Bro, bist du wirklich aus Berlin? Ich bin aus Berlin, ja, ja. Bist du hier aufgewachsen? Ich bin in Deutschland aufgewachsen, ja. Geil, Mann. Spielst du Fußball? Ich spiele Fußball. Geil, welche Position? Ich bin ein bisschen Fettspieler. Geil, 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 geil. Links oder Rechtsfuß? Ich spiele Rechtsfuß. Okay, stabil. Ey, bro, ich küsse dein Herz. Ey, ist es okay, wenn du im YouTube-Video bist? Ja, klar. Dann hast du ein bisschen Insta-Werbung. Ich lasse das drin. Oh, Ehre. Aber ey, vielleicht seht ihr euch wirklich mal. Aber du willst auch in Berlin, oder? Ja, ja. Oha, krass. Oh, Respekt, ey, ich finde einfach, das ist die Wichtigste. Vor allem, du hattest, du hattest richtig Hoffnung, sehr herrlich. Was dachtest du dir? Ich hatte keine Hoffnung, so. Ich dachte, okay, korrekt, vielleicht treffen wir uns mal so auf einen Drink, oder? Aber du dachtest, richtig Jackpot, sehr herrlich? Ja, Jackpot, auf jeden Fall. Aber du bist niemals 19, gell? Du bist 16. Nee, ich bin 19. Achso, ja, okay. Ich wäre jetzt voll lieb. Aber ey, auf jeden Fall, ich küsse dein Herz. Wir müssen weiter, gell? Hau rein. Ja, okay, bis dann. Ciao, ciao. Ey, das war lustig, ey. Das war extrem lustig. Ja, wie du in die Kamerakamera machst. Hi. Boah, wo bin ich denn hier gelandet? Oh. Ey, du hast schöne Augen. Dankeschön. Wie heißt du? Ich heiße Dennis, und du? Laura. Okay, was machst du hier? Hier sind doch nur kleine Bubis. Was sind hier nicht? Hier sind nur kleine Bubis. Warum chillst du hier? Warum chillst du hier? Ja, weil ich ein kleiner Bubi bin. Ja, ich auch nicht. Okay. Ey, du hast aber... Das Ding ist, ich würde richtig gerne mit dir ins Kino, aber das geht nicht. Warum? Weil man darf halt nichts Süßes mitnehmen. Was darf man nicht? Nichts Süßes. Man darf nichts Süßes mitnehmen? Ja, man darf ins Kino nichts Süßes mitnehmen. Oh. Ich hab dich, oder? Ich hab dich, klar. Ey, aber wirklich, also, ähm, du siehst mega schön aus. Dankeschön. Braucht man dafür irgendwie so einen extra Ausweis, oder so? Nee. Nee? Woher kommst du? Ähm, ich komm aus dem Norden, und du? Also so, was ist das? Hamburg. Ja, Schleswig-Hallstein und so, wa? Ja, genau. Richtig, richtig. Ja, und woher kommst du jetzt genau? Aus, ähm, Kiel, und du? Berlin. Ist nicht so weit entfernt. Ja, tatsächlich. Also man könnte sich treffen, oder? Man könnte sich treffen, ja. Ja, auf jeden Fall. Ey, wär ich auf jeden Fall dabei. Was hast du da eigentlich für einen Oberteil an? Hab ich noch nie gesehen. Ist das so? Und so? Aber ein bisschen kurz. Warst du in der Kinderabteilung, oder wie? Bisschen kurz? Ja. Ey, man kann... Nee, warum? Ja, da sieht man halt noch alles, weißt du? Man kann doch zeigen, was man hat. Ja, das stimmt, das stimmt. Kannst du mal aufstehen? Aufstehen? Ja. Ja. Ey, einfach Model. Kann ich dich unter Vertrag nehmen? Ach. Ich bin Modelagent, weißt du? Du hast bestimmt 40, 60, 70. 40, 60, 70? Nee. Hä? Nee? Was hast du? Welche Modelmaße? Weiß ich gar nicht. Ach so, aber muss ich mal nachprüfen. Ja. Deswegen ist, ich mach Kleidung für die Fortnite GmbH. Echt? Könntest du dir irgendwie so Fortnite-Kleidung vorstellen? Kennst du das? Ja, ja, ja. Ja, und dann... Also, zum Beispiel, die haben ja jetzt auch eine Kooperation mit Balenciaga gehabt. Ey, da wärst du das perfekte Model für. Ich hab auch hier jemanden, der voll gern Fortnite zockt. Ja, ey, zeig mal ihn. Ja. Ich möchte mit ihm ein bisschen reden. Ich komm nicht auf mein Leben klar. Ey, ich musste mich so zurückhalten, ne? Ich kenn den. Echt? Ach, du kennst den, kennst du dich auch? Was? Alter, oh mein Gott, ey. Ey, ich musste mich die ganze Zeit so zurückhalten, ne? Ey, deswegen ist, ich hab hier auch Flex ganz Zeit am reden, ne? Der sagt mir gerade vor, was ich sagen soll. Alter, Junge, krank, 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 man. Witzig. Ja, dass ich dich hier sehe, alter. Nimmst du auch gerade auch mehr auf? Ja, du warst nämlich gerade auch mehr auf, alter. Ach, deswegen diese ganzen Sprüche und so. Ja, ja, ja. Scheiße, Mann, dass ich dich hier treffe, alter. Aber ey, gute Idee gehabt, ne? Auf jeden Fall. Bruder, ich küsse dein Herz. Sonst, wie geht's dir? Ey, mir geht's, Digga, brennen, ne? Siehst du, Digga, seit der Zeit, wo wir hier Videos gemacht haben und so, hab ich jetzt eigene Wohnung, eigenes Auto, Digga, hab mir alles geholt. Digga, eben läuft top, Alter. Freut mich. Wie läuft's bei dir so in Berlin? Gut, siehst du doch. Digga, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut sehe ich gerade, Digga. Ja, bei mir, ja, kommt vielleicht auch hier bald weiblicher Besuch, Digga, und dann mach ich mir den auch paar Videos, Digga. Bist du mal am besten, ne? Nö, ich küsse dein Herz. Nicht Flex, schöne Grüße von mir aus. Ja, er hört gerade zu, Digga. Ja, Bro. Bist du hässlich? Sagt der Fortnite-Model. Scheiße. Mit Balenciaga. Alter. Ey, aber ist halt wirklich so, ne? Ich hatte recht, Alter. Balenciaga würde doch passen, so als Model. Geil, Mann. Okay, Bruder. Dann sehen wir uns, ne? Hören wir uns. Hau rein. Und dann wünsche ich dir noch eine schöne Aufnahme, Digga. Ey, wie witzig. Du wartest, bis ich dich ansprich, ne? Warum ignorierst du mich? Hallo. Warum ignorierst du mich? Hallo. Du ignorierst mich. Du ignorierst mich? So ein Ding. Bist du aufgeregt? Ja, ich bin hammeraufgeregt. Bist du aufgeregt? Ja, ich bin hammeraufgeregt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab sogar mein Handy jetzt weggelegt. Du hast ja auch so ein richtiges Mikro, war? Ja. Das haben Leute, die gamen. Hast du nicht so eins? Du beachtest mich gar nicht richtig. Kannst du ein bisschen mehr mit mir reden? Jetzt rede ich mit dir. Du musst ein bisschen lauter reden. Jetzt rede ich mit dir. Wie geht's? Wie steht's? Wie heißt du? Woher kommst du? Mir geht's gut. Ich heiße Dora. Wie heißt du? Laura. Woher kommst du? Schleswig-Holstein. Ach so. Woher kommst du? Ist nicht weit von mir. Ja. Ich komme aus Berlin. Ist nicht weit. Nicht weit. Warst du schon mal in Berlin? Ja. Und? Was hast du da gemacht? Warst du da feiern? Nee. Ja. Eigentlich nur Stadt angeguckt und geschoppt. Und dann haben wir zurückgefahren. Ach so. Ja, noch nicht so richtig da. Guckt da gerade noch jemand zu? Nee. Nee, ach so. Wie alt bist du? 18 und du? 18. 18. Schätz mal, wie alt bin ich? 20. 21. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Und du wohnst in Berlin. Und wie ist es so, in Berlin zu wohnen? Geh mal jetzt drauf. Ach so, bei mir soll keiner zugucken, aber du hast dann noch jemand anders. Nein, bei mir ist keiner. Nein, 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 alles gut. Ja, komm, wir sind aufgeflogen. Was geht? Was geht? Was geht, Digga? Was ist die Siemens? Ja, bin ich auch. Ach, gell. Ach, gell. Hä, das ist ja das. Ja, ja, was geht? Hä, sieht aus wie Siemens, Digga. Das ist doch nicht. Bruder, doch, natürlich. Ey, wir nehmen für YouTube-Video auf. Es ist in Ordnung, wenn du drin bist. Weiß nicht, ist das in Ordnung. Ist das auf deinem Hauptkanal hoch? Ja, kommt dann in ein paar Stunden. Ich küsse dein Herz, hau rein, gell. Warum, ne? Tja. Guck mal, ich bin richtig verwöhnt. Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch, ich lerne seit zwei Wochen Deutsch. Kommst du aus Spanien? Ich, sie. Wegen deiner Flagge? Sie. Ah, ich lerne. Und wie alt bist du? 21. Du? Ich auch. 21, 20, 20, 21, 21, 21. Seit wann bist du in Deutschland? Zwei Wochen. Guck mal, er gibt es sich vor allem hier. Zwei Wochen? Äh, sie, zwei Wochen. Das ist also wirklich, das war ein perfektes Video. Leute, wie gesagt, bei 10.000 Likes kommt ein zweiter Part. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, hat es Spaß gemacht. Aber ich muss mich noch ein bisschen reinfinden. Das war das erste Mal. Ja, aber ich fand dafür, dass du es das erste Mal gemacht hast, richtig gut eigentlich. Extrem lustig auch. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da. Und neben meinem Kopf kommt ihr zu den letzten Videos. Und du darfst Tschüss sagen. Ciao. Ciao.